Man erschoss mich im Kampf für die Gerechtigkeit. Mein Name ist Ernesto Guevara Serna, die meisten kennen mich aber als Che Guevara. Das ist meine Geschichte. Ich wurde am 14. Juni 1928 in Rosario in Argentinien geboren. Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter Hausfrau. Ich war das älteste von fünf Kindern. Zu Hause sprachen wir oft über Politik und diskutierten gemeinsam über verschiedene politische Entscheidungen auf der Welt. Meine Eltern waren gegen die faschistischen Kräfte während des Spanischen Bürgerkriegs. Sie mochten nicht, wie die Faschisten ihre Macht nutzten, um Menschen zu kontrollieren und zu unterdrücken. Ihnen war Gerechtigkeit und Freiheit am wichtigsten. Diese Ansichten prägten mich sehr. Ich las viele Bücher, vor allem poetische Werke, Romane und politische Literatur. 1948 begann ich dann mein Medizinstudium an der Universität Buenos Aires. Mein wahres Interesse galt jedoch der Welt um mich herum. Ich war fasziniert von den Werken von Marx, Engels und Freud und fing an, mich immer mehr mit der sozialen Ungerechtigkeit in meiner Heimat und der Welt zu beschäftigen. 1951, mitten während meines Medizinstudiums, unternahm ich mit meinem Freund Alberto Granado eine neunmonatige Motorradreise durch Südamerika. Wir reisten durch Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien und Venezuela. Diese Reise öffnete mir die Augen für die Armut und Ungerechtigkeit, die viele Menschen erlebten. Ich sah, wie indigene Bauern von Großgrundbesitzern ausgebeutet wurden und wie Bergarbeiter unter schrecklichsten Bedingungen ihre Arbeit vollrichteten. Nach meiner Rückkehr schloss ich 1953 mein Medizinstudium mit der Promotion Dr. Mehet ab. Die Ungerechtigkeit, die ich während meiner Reise gesehen hatte, ließ mir jedoch keine Ruhe. Ein Jahr später zog ich nach Guatemala, da ich von den sozialen Reformen von Präsident Jacobo Arbenz beeindruckt war. Er wollte das Land von den großen Plantagenbesitzern enteignen und es an landlose Bauern verteilen. Dies wollte ich aus nächster Nähe miterleben. Außerdem hoffte ich in Guatemala Erfahrungen zur Behandlung von Lepra sammeln zu können, da diese Krankheit in vielen Teilen Guatemalas verbreitet war. Doch ich erlebte dort selbst mit, wie die USA einen Militärputsch unterstützten, um die Regierung von Jacobo Arbenz zu stürzen, obwohl die Leute diese demokratisch gewählt hatten. Ich erkannte, dass die USA ihre Macht missbrauchten, um andere Länder zu kontrollieren. In meinen Augen waren sie eine imperialistische Macht, die bekämpft werden musste. 1955 traf ich in Mexiko auf Fidel Castro und seinen Bruder Raul. Die beiden Kubaner waren in Mexiko im Exil und planten nach Kuba zurückzukehren. Ihr Ziel war es, den kubanischen Diktator Fulgencio Batista zu stürzen. Sie teilten meine politischen sowie moralischen Ansichten, also schloss ich mich ihnen an und wurde fortan zu Che, was so viel wie Kumpel bedeutet. Wir gründeten die Gruppe, die später als 26. Juli Bewegung bekannt wurde und begannen, uns auf den bewaffneten Kampf vorzubereiten. Ich wurde militärisch ausgebildet und zu einem wichtigen Mitglied der Bewegung. Im Dezember 1956 segelte wir auf einer Jacht von Mexiko nach Kuba, um den Kampf gegen Batista zu beginnen. Trotz anfänglicher Rückschläge, wie einem fehlgeschlagenen Angriff und der fast vollständigen Vernichtung unserer Truppen, konnten wir uns in den Bergen der Sierra Maestra neu formieren und gegen Batistas Truppen durchsetzen. Nach zwei Jahren des Guerillakampfes gelang es uns endlich, Batista zu stürzen und eine neue Regierung zu gründen. In der neuen Regierung war ich in verschiedenen Positionen tätig, darunter als Leiter der Nationalbank und als Industrieminister. In meinem politischen AMT setzte ich mich für die Verstaatlichung der Industrie und für verschiedene Landreformen ein. In dieser Zeit besuchte ich auch mehrmals Ostberlin und Moskau und schloss Handelsabkommen mit der Sowjetunion und China. Ich war bekannt für meine harte Haltung gegenüber politischen Gegnern. Ich war bereit, die Revolution mit allen Mitteln zu verteidigen und dabei auch extreme Maßnahmen zu ergreifen. Eine meiner Maßnahmen war die Einrichtung von Arbeitslagern, in denen ich politische Gegner und andere, abweichende Personen, einschließlich Homosexuelle, inhaftiert habe. In den Lagern herrschten strikte Regeln. Die Insassen mussten stundenlang arbeiten und hatten nur begrenzten Zugang zu Nahrung und medizinischer Versorgung. Viele empfanden dies als ungerecht und brutal. Doch das harte Durchgreifen war meiner Meinung nach notwendig, um die Revolution voranzutreiben. 1965 verließ ich Kuba, um in anderen Teilen der Welt Revolutionen zu unterstützen. Ich kämpfte in der Demokratischen Republik Kongo und kurze Zeit später in Bolivien. Ich hoffte in Bolivien eine Guerilla-Bewegung starten zu können, die sich über ganz Lateinamerika ausbreiten würde. Ich nahm die Identität eines uruguayischen Geschäftsmannes an und organisierte eine kleine Gruppe von Kämpfern. Doch die bolivianische Bauernbevölkerung, die ich hoffte, mobilisieren zu können, zeigte wenig bis kein Interesse an einer Revolution. Mein Handeln blieb nicht unbemerkt. Die bolivianische Regierung, unterstützt von der CIA, startete gleichzeitig eine intensive Suche nach mir und meinen Männern. Am 8. Oktober 1967 wurde ich in der Region La Higuera in Bolivien gefangen genommen. Meine Gruppe war in einen Hinterhalt der bolivianischen Armee geraten. Man brachte mich in eine nahegelegene Schule, die als improvisiertes Gefängnis diente. Am nächsten Tag wurde ich von einem Soldaten namens Mario Teran auf Befehl der bolivianischen Regierung erschossen. Meine letzten Worte an den Soldaten gerichtet lauteten, Richte ruhig aus, du bist nur ein Mann, der seinen Job macht. So starb ich am 9. Oktober 1967 im Alter von 39 Jahren. Mein Leben war kurz, aber ich habe versucht, die Welt ein Stück gerechter zu gestalten. Obwohl ich viele Fehler gemacht habe, hoffe ich, dass mein Kampf für die Gerechtigkeit weiterlebt.